Das Fach Naturwissenschaften ist die Konzeption eines übergreifenden naturwissenschaftlichen Schulunterrichtes, der die Fächer Biologie, Chemie und Physik vereint. Einführung des Faches In den Niederlanden existiert seit einigen Jahren ein übergreifender Naturwissenschaftsunterricht in unteren Klassen. In Frankreich ist ein solcher Unterricht in der letzten Phase in Vorbereitung auf ein literarisch orientiertes Abitur vorgesehen. Dieser Unterricht wird durchaus kontrovers gesehen. In allen deutschen Bundesländern existiert in der Primarstufe eine Form des Sachunterrichtes, der sich in einen gesellschaftswissenschaftlichen und einen naturwissenschaftlichen Teil aufteilt. Letzterer enthält bereits die dem Fach Naturwissenschaften zugrunde liegende Idee, an Hauptschulen, teilweise auch Realschulen und Gesamtschulen. Einiger Bundesländer existiert seit einigen Jahren ein übergreifender naturwissenschaftlicher Unterricht in der 5 und 6 Klasse. Die 2005 abgewählte rot-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat dieses Fach für die Jahrgangsstufen 5 und 6 an den Gymnasien und Gesamtschulen eingeführt. Nach dem Regierungswechsel wurde der Beschluss jedoch zurückgenommen. Das Land Schleswig-Holstein hingegen beabsichtigt die Einführung an Gymnasien und Gesamtschulen. Inhalte Die Inhalte richten sich nach den Jahrgangsstufen, in denen dieses Fach unterrichtet werden soll. Bisher erstellte Lehrpläne sind auf die Klassen 5 und 6 an Gymnasien und Gesamtschulen ausgerichtet. Der Kernlehrplan Naturwissenschaften beinhaltet den naturwissenschaftlichen Unterricht der Klassen 5 und 6, in denen NRW üblicherweise zwei Jahre Biologie und ein Jahr Physik mit je zwei Wochenstunden am Gymnasium unterrichtet wird. Chemie kommt in diesen Klassen noch nicht vor. Das Curriculum orientiert sich thematisch grob an dieser historisch gewachsenen Struktur. Entsprechend neuerer schulpolitischer Entwicklungen sind nur Themenbereiche und zu erwerbende Kompetenzen, nicht jedoch Einzelthemen on detail vorgegeben. Neben naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen sollen soziale Kompetenzen erworben werden. Insgesamt ist ein phänonymorientierter Unterricht vorgesehen. Themenbereiche sind Struktur und Funktion, Veränderung und Entwicklung, Strahlung, Bewegung, Kreisläufe, Strömungen, Energie. Diese Themen beinhalten sowohl biologische als auch physikalische und chemische Aspekte. Als Rahmenthemen werden vorgesehen, Pflanzen, Tiere, Lebensräume, Wahrnehmung mit den Sinn, mein Körper, meine Gesundheit, Wege in die Welt des Kleinen, Geräte und Stoffe im Alltag, Sonne, Wetter, Jahreszeiten. Mit einer umfassenden Gesundheitserziehung soll auch der häufigen Fehlernährung und dem Bewegungsmangel wie der hohen Raucherquote unter Kindern und Jugendlichen entgegengewirkt werden. Zudem ist in diesem Bereich die übliche Sexualerziehung vorgesehen. Die Dominanz biologischer Themen ist deutlich zu sehen, entspricht aber durchaus auch dem klassischen Unterricht in diesen Klassen. Der Chemieanteil wird von der Jahrgangsstufe 7 vorgezogen. Es ist allerdings nicht vorgesehen, welcher Fachlehrer dieses Fach unterrichtet oder ob ein Wechsel im laufenden Schuljahr vorgesehen ist. Theoretisch könnte ein Physiklehrer Biologieanteile erteilen oder umgekehrt. Kritik kommt einerseits vom Philologenverband andererseits von wissenschaftlichen Fachverbänden. Die Kritik des Philologenverbandes richtet sich vor allem dagegen, dass der Lehrer quasi fachfremden Unterricht erteilen muss. Ein Physik- oder Chemielehrer hat von Biologie in der Regel wenig Ahnung, ein Biologielehrer kennt sich in der Physik häufig auch nicht aus. Die GEW teilt diese Kritik überwiegend nicht. Eine weitere Gefahr wird darin gesehen, dass der Fachlehrermangel insbesondere in Physik dadurch behoben werden solle, dass dieses Fach mit seinen physikalischen Anteilen nunmehr von anderen Fachlehrern erteilt werden soll, um Neueinstellungen von Physiklehrern zu vermeiden. Aus wissenschaftlichen Fachverbänden wie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft kommt Kritik einerseits aufgrund der Befürchtung. Fachfremder Unterricht habe geringere Qualität, andererseits mit der Begründung. Der Unterricht in den Naturwissenschaften erlaube ohnehin kaum einen Überblick über die einzelnen Disziplinen, da in der Oberstufe nur ein bis maximal zwei naturwissenschaftliche Kurse belegt werden können. Durch die Aufweichung der Fachprofile in einem Überblicksfach werde die Sicht auf die Einzeldisziplinen noch unschärfer, was sich negativ auf eine mögliche Studienentscheidung auswirken könne.